Hallo, mein Name ist Peter Knappertsbusch. Ich bin der geschäftsführende Gesellschafter der St. Publius Gruppe. Es freut mich, dass Sie international expandieren möchten. Auch mit einem Wohnsitz in Deutschland ist eine Firmengründung im Ausland möglich. St. Publius betreut seit zwölf Jahren Unternehmer in Malta, UK, Hongkong, Dubai und Irland. Nutzen auch Sie die Standortvorteile und expandieren im Ausland. Reduzieren Sie Ihre Steuerlast auf unter 5%. Gerne berate ich Sie in einem Gespräch ausführlich. Buchen Sie jetzt Ihren kostenlosen Zoom-Termin. Ich freue mich auf unser Gespräch.